Scampi ist jetzt auf Halo gewechselt. Ja, mit Ansage, Mann. Ja. Und spielt only Pistole und holt alle. Ja, Mann, der spielt only Narkam und One-Hit-Dich. Loll, auf der Map. Mitte, oh mein Gott, da kommt mal wieder. Äh, von A kommt einer. Klar. Oh, der macht mir natürlich mehr damage als ich ihm. Alter, wie gut. Gebt mir Dekos. Aktive Tarnung in Vorbereitung. Eins gegen Dre hab ich gemerkt. Ich nehm die Dre. Oh, Hit. Immer nur, okay. Aktive Tarnung, verknüpftbar. Ich bin drei Leute gesprungen. Was hab ich denn? Konditionsreserven, Siki. Das macht Irgendein auch. Ja, Puhl macht echt Laune. Erik, über dir. Hinter dir. Überall. Ach schon, wir spielen ja... Alter, ich hab voll vergessen, dass wir... Ja, ich dachte auch eben, so kurz im Herrschaftenmodus. Oh, ich hab daneben ge... Ach, dann. Der war so gut wie... Oh, irgendwann hättet das denn nicht. Ball fallen gelassen. Ball fallen gelassen. Äh, wo ist denn der Ball? Ja, fallen gelassen. Na da. Man, Frechheit. Links waren die, bei uns. Gebt mir Deckung. Ich wusste ja, dass man nicht hoch gehen kann. Alter, Frech. Voll ein gutes Spot da oben. Oh, das war Tarnung. Ach, pick dich doch. Ball fallen gelassen. Oh Gott, das war dieses Schild. Ball fallen gelassen. Wir haben den Ball. Geh mal hier weg. Lade nach. Diebe Tarnung in Vorbereitung. Komm. Oh nein, 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 nein. Oh, ich bin... Ball fallen gelassen. Das ist echt Tarnung. Wir haben die Kugel verloren. Nein. Der ist bei euch... Der ist bei uns. Bei C. Hab einen verwundet. Oh, man kann da nochmal runter? Ball fallen gelassen. Ich wundere mich gerade auch. Oh, die kommen von unten. Wir haben den Trennen. Oh, ich hab eine Granate gekillt. Oh, ich bin... Nein! Wo ist denn der Ball dann? Ach, hier, okay. Ey, perfekt. Gute Taktik. Einer kämpft einfach die Mitte ab und springt immer runter von der Stirn. Richtig heiß. Ja, aber ich muss keinen Tod haben. Wir haben die Kugel verloren. Ja, 1 für 7. Dann macht ihr das gerne. Dann macht ihr das gerne. Ab ihn. Was mach ich gerne? Muss noch einer in der Mitte stehen dann. Er kommt. Drop, 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 drop. Ab ihn. Oh, da sind außen noch mehr. Festhalten. Dann gewinnen wir. Skewer in Vorbereitung. Skewer? Aber gerne doch. Oh, Leute. Ah, Liga. 4-4. Jens, Randy. Mr. President, warten Sie, Mr. President. Von links, von links. Offen Sie weiter, Mr. President. Läuft in den Spielen. Gehen Sie in den Bunkern zurück. Ah! Ich werde das nicht gefühlt gerade. Die sind alle da auf A. Und chillen. Hier der Hohle ist ein Notfall. Das Weißer Haus wird gestürmt. Links Deck ist noch einer. In den halte ich. Ah, der hat eine Kopfnuss gegeben. Erik, da läuft hinterher. Er ist jetzt aus Mitte raus. Er kommt wieder rein. Ist jetzt auf A quasi. Ja, ich sehe ihn. Jan sollte ihn jetzt haben. Jan sollte ihn jetzt haben. Oh, da kommt ein A. Ich habe die Granate gefuckt. Ah! Kann ich ihr wegwerfen? C, ne? Das weiß ich selber auch nicht. Ich habe auch der Zeit versuchten. Ja, C. Auf C. Auf C. Einfach Granate. Wir haben den Ball. Der kommt zu hin. Ach, Jens war tatsächlich noch was. Ja, ja. Was? Der Gegner hat den Ball. Wir haben die Kugel verloren. Oh, Juhu. Die Granate hat den zerfetzt. Wir haben den Ball. Danke. Ich hole mal die Aktivtarnung. Natürlich fallen wir zwei Mitte. Komm Richtung B. Zwei B. Und einer kommt Mitte. Ja, die wollen mich richtig gerade haben, Alter. Hilfe, Mie. Aktive Tarnung verfügbar. Okay, er hat mich. Help me, Daddy. Help me, Daddy. Nice. Jawoll, Jan, Junge. Jan hinter dir. Was war die Maschine in dem Spiel, Mann? Jan. Jan läuft den Ballträger her. Schieß ihn an. Hinter Jan läuft noch einen und schieß den an, Junge. Das war richtig. Reicht. Okay, da kommt einiges. Ball fallen gelassen. Ist jetzt hier ein Eck, oder was? Ball fallen gelassen. Als ob... Oh, immer ist einer hinter mir. Das ist ja eigentlich alles nicht. Ah, ist einer. Er regiert bei dir. Ja, bin da auch nicht. Der eine läuft runter. Nein. Ja, der läuft richtig weg. Der läuft richtig weg. Okay, ja, das, was Jan sagt. Was mich da... Da, äh... Hier in Vorbereitung. Ist mir hier? Ah, die laufen zurück. Schütze, verfügbar. Einer nur noch da. Hat den Ball. Ball fallen gelassen. Hat den fallen gelassen, der schmeiss' Nates. Einfach Ball in dem Sinn. Aber man... Bin unsichtbar und hab den Ball. ich weiß nicht was passiert was mich gekillt hat aber jungs schnell sind jetzt alle da die laufen richtung in den tunnel rein und ja ich weiß ja ich werde zum zweiten mal von dem typ mit dem komischen sperr ja wir müssen ja zusammen rein jungs das geht so nicht einer ist auf b läuft jetzt a rein ist wieder b a die sind alle b warum hat denn meiner geboxt na jungs schnell muss leben regenerieren ich muss bauen ja ich bin auf der anderen seite der map gespawnt die haben gewonnen na wie kommt er hinter mich bei c bitte der hat jemand wie ein sperr ich bin auf a das war ja das ist ja der ist super low die haben fallen gelassen lass oben chillen ja wenn wir den ball haben ja ich werde hier ich werde hier chill ich chill ja ich chill hier auch halt ich hab das one shot ding also hinter euch die können die nades hoch nehmen ja die werfen hier alles hoch unsichtbar hör einer ist da bei uns ich erkenne einfach nie wie die zu nah sind ob das gegner ist oder nicht der unsichtbare hat den ball ja soll das richtung b boah diga wo ist es brauche ich denn geht ich glaube die challenge immer hinten links in die ecke da und dann wäre ich ja nicht durch die mitte laufen die führung verloren die führung verloren ball fallen gelassen doch gegner hat den ball ball fallen gelassen es ich nehm den wir haben den ball hier hinten die gitarren ja die bringt nix los die sind über uns ja das ist einer ach man dann auch hinter mir oben den turm tönt einer wo ihr wart zurück zurück granate 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 einer ist runter gesprungen scheiße hab ihn da ist wir haben den ball über euch der pusht 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 wir haben die kugel verloren ey wie verschluckt der bitte ja jens liegt sich oben auf dem turm ja ja ich komm ich da hoch unten ist äh ja da hat was hin weggehauen deswegen wollte ich jetzt glaube ich die mitte oder komm ich auf den turm äh wenn du auf c drauf bist guckst den turm an links ist ne treppe ja was jüngere gegner hat den ball zwei fallen gelassen ich mich den ball nehme ich mit Abschluss der EUsliste von uns wir kommen zu uns ah fuck ich wollt den ball auf dem äh wollt den ball aus äh aus der map springen dritt laufen die vier ich seh nichts wir haben einen kameraden verloren wir haben einen kameraden verloren Ball fallen gelassen der ist untergefallen wir haben auch die tue für den ball natürlich in rechts zwei hab ich nur gesehen gegner hat den ball die führung verloren Ball fallen gelassen gegner auf halbem weg zum sieg wir haben den ball hey man Ball fallen gelassen wir haben die kugel verloren wahrscheinlich hat sein mate ihn gerettet wenn ich ihn gerade faus geben wollte ich ihn gerade faus geben wollte ball fallen gelassen gegner hat den ball mitte wieder bei c der läuft hoch ball fallen gelassen die führung übernommen 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 oder ich habe sie von der map gehauen Wenn die hochkommen, geb ich denen den Uppercut, dann springen die weg, also dann hau ich die weg. Wolltest du reinhauen, Junge? Jawoll. Ey, wie ist so das denn, dieser Uppercut, der hat die über die Reling geschubst, als wir hoch wollten. Ja genau, der ist nice, ja.